Fay Mabe, auch Fay Mabe war eine US-amerikanische Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin. Leben, Mabe entstammte einem wohlhabenden Elternhaus und wuchs in New York auf. Bereits als Jugendliche tanzte und sang sie in einer Show mit Nora Bass und war nach eigener Aussage in Manhattan Teil der Wohltätigkeitsveranstaltung I Lead Pajant, wo sie von dem Theaterdirektor William Elliott entdeckt wurde. Er engagierte sie 1917 als Zweitbesetzung der Hauptrolle des Musicals So Boy im Prinzes Theater. Es folgten Engagements in den erfolgreichen Stücken The Velvet Lady am New Amsterdam und The Magic Melody am Schubert. Im Jahr 1920 ging Mabe nach Hollywood und trat im selben Jahr in Lorenz C. Windhams Stummfilm The Very Idea als Tänzerin auf. Es folgten Engagements in V. Deville-Stücken, von denen Topics of 1923 im Wintergarden sehr erfolgreich war. Mabe ging nach Europa, wo sie unter anderem 1926 für die Woche Engage von 100 Pfund von George Edwards für das Stück Even im Dallas Theater in London engagiert wurde. Als der Vertrag nicht zustande kam, verklagte sie Edwards wegen Vertragsbruches und erhielt vor Gericht Recht. Edwards wurde zu einer Zahlung von 6300 Pfund Entschädigung verurteilt, einigte sich jedoch später mit Mabe in einem Vergleich, der ihr unter anderem Auftritte im Dallas zusicherte. Im Jahr 1928 war sie in Fritz Freislers Stummfilm Dorine und der Zufall an der Seite von Ernöfer Ebbesch und I.G.O.S.Y.M. zu sehen. Feimer beglänzt in schönen Toiletten, befand Siegfried Krakauer nach einem Kinobesuch 1928. Während ihrer Zeit in Deutschland drehte sie zudem acht Stummfilme für die Ufa. Zeitgenössische Kritiker nannten sie eine harmlose Durchschnittsbegabung, die konventionelle Rollen mit konventionellem Geschick erledigt. Zurück in den Vereinigten Staaten wurde sie als The Magnetic International Star vermarktet und trat als Solo-Tänzerin mit ihrer Show A Continental Revue auf, in der sie verschiedene europäische Lieder sang und Tänze vorführte. In Hollywood drehte Mabe 1929 ihren einzigen Tonfilm. In Max Sandrichs A La Talk of Hollywood war sie mit französischem Akzent die Pariser Sängerin Edouard René. Auch ihr Bruder Gilbert Mabe spielte im Film mit. The Talk of Hollywood wurde ein Misserfolg und Mabe zog sich 1932 nach mehreren gescheiterten Versuchen als Kabarettkünstlerin Fuß zu fassen. Aus dem öffentlichen Leben zurück. Filmografie 1920 The Very Idea Regie Lorenz C. Windome 1928 Dorine und der Zufall Regie Fritz Freisler 1929 The Talk of Hollywood Regie Mark Sandrich 비밀 17-17 Einsch und